Herzlich willkommen liebe Kryptofreunde und Blackout-Skeptiker. Heute sprechen wir ein wenig über den österreichischen Bundesheer, das in den letzten Monaten eine Budgetaufstockung von 20 Millionen Euro bekommen hat, um die Bundesheer-Infrastruktur Blackout-sicherer zu machen. Im Prinzip damit die in einem länger andauernden Blackout-Fall, also auch das Bundesheer geht davon aus, in naher Zukunft, beziehungsweise sie rechnen fix damit in den nächsten fünf Jahren, dass es zu einem Blackout-Fall kommen wird. Und das Heer möchte sich hierzu aufstellen, dass sie wenigstens 14 Tage relativ in Autarkie leben können. Wir werden uns das ein bisschen gemeinsam anschauen. Und ihr habt es gesehen, hier im Hintergrund, auch das österreichische Bundesheer war mal cool. Man muss nicht unbedingt immer zu den amerikanischen Streitkräften rüberschauen, siehe den Film Top Gun, wo ein Iceman und die tollen Flugzeuge alle dekoriert sind. Auch das österreichische Bundesheer hat eine tolle Linie gehabt. Das hat für jede Wehrgruppe tolle Karikaturen gegeben. Siehe diesen Pann-Siegel hier im Hintergrund von mir. Da oben ist er. Hier haben wir noch eine Neuauflage vor kurzem bekommen. Der Bundesheer Igel hat jetzt quasi seinen 40. Geburtstag schon hinter sich. Okay, das ist auch schon sehr spannend, dass diese tollen Karikaturen da schon wenige Jahre gekommen sind. Ich persönlich fand die äußerst cool. Da hat es auch teilweise so Medaillen gegeben, die man sich dann quasi auf seine Jacke oder auf seinen Käppi raufgeben konnte. Und wenn wir da ein bisschen drüber schauen, also da waren die ganzen Waffengattungen sehr gut dargestellt. Also ich fand das wirklich lustig und ich finde es auch wirklich toll, dass sie da eine Neuauflage erfahren durften. Leider nur 6.000 Bögen. Also ich glaube, die sind dann doch relativ rasch vergriffen. Vielleicht kann sich der Mr. Meining da auch ein bisschen schlau machen, weil wie gesagt, das österreichische Bundesheer, da war es ja schon über Jahrzehnten hinweg finanziell sehr erkrankt ist. Das heißt, das hat man ja wirklich kaputt gespart. Und deswegen sprechen wir heute auch mit diesen 20 Millionen Budgetaufstockung, dass das am Ende der Tage nicht die Welt sein wird. Weiters werden wir ein Zweiteiler bei diesem Video machen. Es geht nämlich beim zweiten Teil auch darum, wir werden darüber sprechen, wie viel Gulaschsuppendosen man benötigt, um die österreichischen Streitkräfte 14 Tage autark zu halten. Beziehungsweise werden wir das auch auf Bohnen umrechnen oder ob doch am Ende der Tage Zucker in einem Blackoutfall die richtige Wahl wäre. Und last but not least, werden wir das auf Schokoladentafeln umrechnen. Ich habe hierzu einen lustigen Excel-Sheet vorbereitet. Ich zeige ihn euch schnell. Da seht ihr das. Da werden wir ein eigenes Video machen. Da geht es dann um den Energiebezug eines erwachsenen Mannes, dass man den halt ernähren kann. Das wird auch recht spannend. Die Ernährungsexperten und euch werden natürlich der Amok laufen. Da geht es aber jetzt rein nur um die Kilojoule-Werte, dass man diesen Energiebedarf eines Menschen abdecken kann. Da kommt der Mr. Meining zu den obszönsten Zahlen. Und auch da werden wir sehen, dass 20 Millionen da nicht wirklich viel ist, um eine kampfstarke Truppe mit rund 52.000 Mann zu versorgen. Und jetzt geht es schon langsam mal los. Symbolisch, weil ich ja selber acht Monate als Jäger im Jägerbataillon 17 gedient habe und natürlich da auch gewisse, sage ich mal, das nachvollziehen konnte, wie arm eigentlich unser österreichisches Bundesheer ist. Ich bin jetzt hier nicht da, einen Spendenaufruf zu starten. Ich bin auch nicht da, jetzt irgendwelche politische Kräfte zu kritisieren. Ich bin heute da, um euch zu zeigen, dass 20 Millionen am Ende der Tage nicht die Welt sind, dass das eher dann für eine Zeitung eine Headline ist, dass die Bevölkerung eh quasi eine Ruhe gibt. Das Blackout-Thema ist ja in den letzten Wochen und Monaten doch schon ein wenig verstörend. Also wenn es jetzt noch den Medienberichten nachgeht, dann werden wir ja quasi demnächst haben. Also quasi so wie eine Plandemie. Also man kann scheinbar auch einen Blackout planen. Nein, ganz so wird es hoffentlich nicht sein. Also ich glaube jetzt hier nicht an die bösen Verschwörungskräfte. Aber mir geht es nur dazu, symbolisch die Menschen hier ein wenig das aufzuzeigen, dass man mit 20 Millionen dann nicht wirklich einen Krieg gewinnen kann. Und deswegen als alter Veteran des österreichischen Bundesheers klebe ich mir da jetzt ein Trostpflaster auf, weil für mich sind jetzt symbolisch betrachtet diese 20 Millionen nichts anderes wie ein Trostpflaster. Gut, dass auch die deutschen Zuschauer etwas haben, das werden wir jetzt auch kurz anschneiden. Ihr draußen, eure Bundeswehr hat da eine meines Erachtens kluge Entscheidung getroffen. Sie schaffen um rund 600 Millionen Euro Funkgeräte an. Also nur im Verhältnis, wir in Österreich wollen jetzt gerade mal 20 Millionen ausgeben, um unsere Infrastruktur im Militärbereich ein wenig Blackout sicherer zu machen. Und da werden in Deutschland alleine nur für alte Funkgeräte 600 Millionen ausgegeben. Klar, die Truppe ist ungefähr um den Faktor 7 größer. Aber dann werden das ja auch 140 Millionen im Fall auf Österreich umgerechnet. Aber wieso bringe ich euch das jetzt schnell mit den Funkgeräten? Die einen werden vielleicht sagen, um Gottes Willen, die kaufen dein altes Zeugs an. Ganz so dumm sind die Herrschaften dann doch nicht bei der deutschen Bundeswehr. Warum? Weil im Krisenfall geht es dann doch darum, dass man eine sehr einfache Technologie innehat, die, was man auch weiß, die ist bewährt, die funktioniert. Und dementsprechend finde ich das jetzt nicht so schlimm, auch wenn vielleicht bei euch draußen medial der eine oder andere das ein bisschen lächerlich findet. Nein, wenn es um einen Blackout-Fall geht, dann ist Elektromobilität nicht der richtige Weg. Und da geht es ja auch zu den Fällen mit den ganzen Einsatzfahrzeugen bei der Feuerwehr. Ich bin Elektrotechniker. Natürlich, die Elektromobilität, die brauchen wir, damit wir auch mit diesem ganzen Umweltschutz ein wenig auf die gleiche kommen. Aber noch einmal, Einsatzkräfte, sprich egal ob Polizei, Bundesheer, Feuerwehr und wie sie sind, da hat die Elektromobilität, sorry liebe Freunde, nichts zu tun. Außer es sind irgendwelche Obrigkeiten, die was mit einer Limousine spazieren fahren, da macht das schon Sinn. Aber sorry, irgendwelche Geländefahrzeuge oder LKWs oder die Feuerwehr, bei uns haben jetzt schon elektrische Sprinter, die eine oder andere bekommen, nichts für ungut. Das ist für einen Katastrophenfall unbrauchbar. Denkt noch, liebe deutsche Kollegen, an das Hochwasser, was ihr da draußen gehabt habt. Da kann ein Batterie elektrisches Fahrzeug, natürlich kann man eine Spezialausstattung machen, aber das hat halt nichts verloren. Da ist halt die Beschaffung mit Kraftstoff und Flüssigkeit wesentlich einfacher, weil eben im Krisenfall auch die Stromversorgung ein Riesenproblem wird sein. Die Schweizer Kollegen da draußen, für euch wird das wahrscheinlich heute alles ein wenig amüsant sein. Bitte, wenn Sie Lust und Muse haben, schaust euch das Video an, damit Sie auch wisst, wie es die ganzen anderen deutschsprachigen Länder hier geht. Aber in Österreich sind wir leider, wir haben ein Bundesheer, was über Jahrzehnte hinweg kaputtgespart wurde und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal diese 20 Millionen Investmentgeschichte an. Obwohl das österreichische Bundesheer keine neuen Geräte, sprich LKWs angeschafft hat, die was im Gelände im Prinzip brauchbar sind, weil die guten alten Steirer Diesel und fast ja alles am Start war, Buch G und dergleichen, die haben sie ja alle im Prinzip ausgeschieden oder werden noch die letzten Gerätschaften ausgeschieden. Das heißt, unser Heer in Österreich war ja über Jahrzehnte hinweg äußerst mobil im Gelände unterwegs. Die hatten eben die Buch G als normale Transporter, dann hatten sie die Pinzgauer, also die, sage ich mal, Offroad-Enthusiasten unter euch da draußen, die wissen es, ein Pinzgauer, da gibt es kein Gelände, wo der stecken bleibt. Dasselbe hat es natürlich für den Buch G gegeben und dann hatte auch das österreichische Bundesheer enorme Mengen an Steirer Diesel, LKWs gehabt für Mannschaftstransport. Dann hat es natürlich auch von MAN Cut diverse Fahrzeuge gegeben, also im Prinzip, da war mal unser Herd im Punkt der Mobilität mörderisch aufgestellt. Und wenn Sie jetzt anschauen, die neueren Fahrzeuge natürlich, die schauen optisch sehr toll aus, zeitgemäß, aber wenn es darum geht, dass die im Gelände irgendwas verrichten können, da haben sie leider absolut die falsche Wahl bei der Investition getroffen und dementsprechend hat man eigentlich im Punkt der Mobilität in einer Alpenrepublik, so wie wir es halt sind und gerade in einem Katastrophenfall, wo wir von Hochwasser und andere furchtbaren Sachen daherreden, hat unser Heer und auch viele neue Fahrzeuge in den Einsatzkräften eher eine Desentwicklung erleiden müssen. Also da bitte, liebe Bevölkerung draußen, schade, nur alles, was toll und neu ausschaut, heißt jetzt nicht immer, dass es dann im Einsatzfall auch wirklich die richtige Wahl ist. Hier sind wir gerade auf der Homepage von dem österreichischen Bundesheer, die, muss ich sagen, also da von Webauftritt sind sie wirklich gut unterwegs, also obwohl da gewaltige Budgetschwächen bei uns dann her sind, das geben sie sich trotzdem Mühe. Und was ich sehr toll finde, sie haben sich auch da die Mühe gemacht, damit man eine Checkliste hat, was man so alles an Dosen und dergleichen brauchen könnte, damit mein Blackoutfall ein wenig vorbereitet ist. Also hierzu muss ich sagen, haben sie das sehr toll gemacht. Ein sehr tolles Video. Ich bin ja auch über diesen Video auf diesen Thema quasi draufgekommen. Und dann, wie ich mir das Video angeschaut habe, ich zeige es euch schnell, ich kann das Video jetzt nicht vorführen. Ich habe mir dazu keine Rechte eingeholt, deswegen ist auch die Audiospurt ausgeschalten. Aber da im Prinzip sieht man so tolle Stromaggregate. Und nachdem ich ja solche Maschinen seinerzeit selber verkauft habe und auch betrieben habe für mobile Stromversorgungszwecke, war mir gleich klar, um was da geht und gute Freunde. Das Ding da auf dem Bild ist schon rund 20 Jahre alt. Gleich jetzt wie bei die Steirer Diesel, heißt jetzt nicht, dass das Ding schlecht ist. Noch einmal, das wird ein wahrscheinlich 20, 30 kVA Stromaggregat sein. Das heißt, da mag man ziemlich doll ein, zwei Wohnhäuser damit versorgen in der Größe, sonst könnte es auch der Hubschrauber nicht transportieren, weil das Ding hat dann gleich einmal mit Diesel rund 1.400 Liter Gewicht. Und da ist auch der Bahnhubschrauber mal die Transportkapazität am Limit. Damit wird halt medial im Prinzip, macht das Bundesheer aufmerksam, dass sie eh super vorbereitet sind. Ja, nur trotzdem mit diesen 20 Millionen, wir werden das jetzt schnell ein bisschen dann auch gemeinsam unterrechnen, können sie keinen Krieg gewinnen. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, da ist ein neueres Gerät. Was sind das? Das sind ganz klassische Baumaschinenstrommaggregate, also keine Spezialausstattung. Da ist der Hersteller Himohinza, das ist der Hersteller, der wurde seinerzeit in Österreich über der Firma Trott Bautechnik vertrieben. Trott Bautechnik, das war einmal ein Urgestein der österreichischen Baumaschinenvermittlungsbranche, die wurden aber leider von Bölls übernommen. Bölls ist für viele da draußen natürlich ein Begriff und die haben natürlich auch seinerzeit über Ausschreibungen das österreichische Bundesheer mit Hardware versorgt. Und Himohinza, das ist im Prinzip einer wie viele Hersteller, der kommt aus Spanien, da wird zwar das auf Madrid angezeigt, das ist sicher nicht richtig, das ist eher ein Verkaufstor. Soweit ich weiß, ist Himohinza da eher auf der Seite von Portugal, von der Produktionsstätte. Und die grünen Stromaggregate, die werden wir dann auch bald besuchen, nämlich von Inmesol, das ist da in der Nähe von Mursia, da war ich auch schon im Werk seinerzeit, wie ich noch aktiv in der Notstrombranche tätig war. Und die Firma Stromaggregate Grossmann, bei uns regional ist da der Platzhirsch, was mit diesen zwei Herstellern sehr gut zusammenarbeitet und natürlich auch ein super Ansprechpartner ist. Nur, dass man ein Gefühl hat, wo diese Gerätschaften herkommen. Natürlich, das sind jetzt keine schlechten Produkte von Himohinza und auch von Inmesol. Und dann die Maschinen, was ich da verbaut gehabt habe seinerzeit, war von Visa, Onis Visa, das war in der Nähe von Venedig, da war dort die Produktionsstätte, also ist heute noch, also ist nicht so weit weg von Österreich, ich bin ja hier in der Nähe zu Hause. Und jetzt zeige ich euch auch, warum der Mr. Meining da immer wieder gescheit daherreden kann und doch sich ein wenig als Notstrom-Experte sieht. Ich habe ja seinerzeit in Deutschland Pflanzenödel-Blockheizkraftwerke betrieben, aufgebaut, unterrichtet, weil das natürlich auch zu meinem Notstrom-Thema genauso dazugehört. Und hier seht ihr so eine Anlage, das war ein Projekt, wo wir seinerzeit eine Finanzierung bei einer Bank eingereicht haben. Das im Prinzip war eine 800 kVA-Maschine, das heißt, das würde in etwa die Kanzler rund 600 kW Dauerlast bringen, da war ein V12-Motor mit rund 27 Liter Hubraum verbaut und das seht ihr eh, da haben wir ein Kühlwasserwärmetauscher aufgebaut gehabt, das heißt, das ist eben dieses Blockheizkraftwerk, da ist es ja darum gegangen, diese Abwärme zu nutzen und das wäre natürlich auch im Bereich von österreichischem Bundesheer sicher eine tolle Geschichte, weil man hat ja gerade, wenn wir im Winter von einem Blackout ausgehen, das Problem, man muss ja die ganzen Kasernen und alles beheizen, da wären natürlich solche Anlagen das Nonplusultra für das österreichische Bundesheer, aber trotzdem, wenn ich eine Kaserne mit rund 1000 Einsatzleuten beziehungsweise Bediensteten und Rekruten versorgen möchte, brauche ich mindestens zwei solche Anlagen in der Größe, falls eine ausfällt, weil das Hauptproblem ist ja bei diesen Anlagen, Hauptproblem ist, hier seht ihr jetzt noch das Inhaltsverzeichnis von den Folien, das Hauptproblem sind nämlich diese Steuerungen, weil da sind ja Netzparallelsteuerungen, beziehungsweise wenn ich zwei Aggregate miteinander verbinden möchte, brauche ich eben auch solche Steuerungen, dass ich sie miteinander synchronisieren kann, damit die auch automatisch starten bei Lastausfall, beziehungsweise wie sie hier symbolisch angezeigt werden, die zwei Schalter, da war deshalb der Netzleistungsschalter und da war das der Generatorleistungsschalter und hierzu gibt es sehr komplexe Steuerungen, auch sehr viele Anbieter, da ist Mr. Mining, ist da ein wenig auch eine Koryphäe drauf, jetzt zeige ich euch so einen alten Controller, weil im Prinzip das war so ein Produkt von ComUp, das ist ein tschechischer Hersteller und so ein Unterteil von so einem Controller, das waren im Prinzip solche Steuergeräte, der Prinzip ist eine SPS verbaut, das hat man hier auf diese DIN-HU-Schienen montieren können und diesen Bildschirm, was du jetzt gerade siehst, der ist dann da via Datenkabel weggegangen, das war nur mehr ein Bildschirm, das im Prinzip war die CPU, das Herzstück, das Ganze hat natürlich ein Housing gehabt, das war dann so verbaut, wo die ganzen Glammern beschrieben waren, nur das Problem ist jetzt dieses, wenn so eine Steuerung einen Vogel hat, dann hast du ein riesen Stromaggregat, wie da oben stehen und das liefert keinen Strom und das ist eben das Problem, auch wie es bei den Autos und bei den Traktoren ist, diese ganze Elektronik, was Einzug gehalten hat, legt halb sich Anlagen relativ rasch lahm und da seht ihr es zum Beispiel, da war ja ein 1250 Amper Strom, also ein Lastschalter, ein Leistungsschalter verbaut vom Generator, ihr seht hier schön die Kupferschienen und da sind auch diese schönen Kabelschuhe und dergleichen, ich habe zufälligerweise sogar noch so ein Kabelschuch im Keller rumliegen gehabt, also ihr seht, das ist schon richtig ein ordentliches Ding, da kann ich sogar mal einen großen Finger drin verstecken und das waren im Prinzip, da sind die Kabel aus dem Generator rausgekommen, damit man eben die, sage ich mal, 500-600 Kilowatt elektrische Energie raus transportieren konnte, da hat schnell ein Taschenrechner für unsere Isig-Miner-Freunde, wenn ich sage, diese Maschine war optimal mit 3 Viertel Last, mit 500 kW unterwegs und ich sage, ich nehme jetzt die neuen Antmeiner S19 her, das heißt, ich habe mit diesem riesen Stromaggregat, könnte ich gerade mal 150 Antmeiner S19 betreiben, damit auch die Mining-Freunde und euch da ein wenig ein paar Infos bekommen und das war zum Beispiel dann diese beheizte Tankanlage, weil beim Pflanzenöl hatten wir ja das Problem, damit wir die ganzen Geschichten im Tank drin, da sind diese Zeit 30.000 Liter Tanks, damit uns das Palmöl nicht fest wurde, weil das Palmöl ist ja de facto wie Butter, das ist, wenn es geliefert wird, ist das eine feste Flüssigkeit, also wenn es auskühlt, eine feste Flüssigkeit, dementsprechend hatten wir da diese Tanks heizen müssen, das müsste natürlich das Bundesheer dann nicht machen, da reicht ein normaler Tank, aber wie ihr seht, da sind in feuerfesten Raum wurde das verbaut und da sind zwei 30.000 Liter Tanks gewesen, weil so eine Maschine, die schluckt auch, jetzt machen wir noch schnell eine Rechnung, würde ich sagen, so eine mittlere Kaserne mit rund 1000 Soldatinnen und Soldatinnen hat in einem Blackout-Fall, also Notbetrieb und dergleichen, da ist einmal so ein Stromverbrauch mit 250 kW momentan nicht so weit hergeholt und da gibt es eine gute alte Milchmädchen-Rechnung, du kannst sagen, also im schlimmsten Fall, wenn du einen sehr schlechten Motor hast, ist ein Verbrauch rund 1,25 Liter Kraftstoff pro Kilowattstunde, mal 0,25 also, das heißt, so eine Maschine braucht rund 62 Liter Kraftstoff, wenn man so eine Kaserne jetzt im Notbetrieb versorgen würde, das hieße, man würde mit einer Maschine 1500 Liter Sprit benötigen, hat man eine zweite Maschine vielleicht im Back-Up-Bereich dabei, die was vielleicht nur quasi gelegentlich drauf synchronisiert, würde man wahrscheinlich irgendwo im Bereich rund 2000 Liter Kraftstoff sein, was nur mal die Kaserne mindestens braucht, um ein wenig Autarkie an den Tag zu legen, dass sich rund 1000 Soldaten und Soldatinnen ein wenig versorgt. Gut, und da sieht man auch ein bisschen ein schöneres Foto, da war im Prinzip dieser Wärmetauscher, da leider habe ich jetzt keine Fotos bei der Hand von diesem Riesenmotor, der Motor hatte rund, ich glaube, drei Tonnen Gewicht und der Generator vorne, der hatte in etwa auch so zwei, zweieinhalb Tonnen Gewicht, da war dann im Prinzip das Abgasrohr, wo im Prinzip die Dieselabgase herausgeführt wurden, da hatten wir einen Abgaswärmetauscher verbaut, dieses kleine Nockerl da oben hat rund 24.000 Euro gekostet, das war eine Sonderanfertigung, die wurde aus Schweden geliefert und da war im Prinzip für Sommer eine Bypassleitung, damit die Abgase im Sommer direkt rausfließen konnten, da sieht man auch den Übergabewärmetauscher, wo die gesamte Wärmeenergie wir seinerzeit in ein Heizwerk eingespeist hatten und im Freien draußen war das im Prinzip dann da die Ausblasöffnung für den Luftkanal und dann auch der Auspuff von der ganzen Geschichte, so in etwa könnte das dann auch ausschauen, wenn das österreichische Militär sich da ein wenig positionieren möchte und jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte, jetzt hat mir das als Stromaggregate-Fachfirma, also wo wir im Prinzip sehr viel Eigenleistung gehabt haben, so eine Anlage rund 300.000 Euro gekostet und wenn sich jetzt das Bundesheer solche Anlagen leisten würden, würde, da sieht man auch von dem Video vom Bundesheer, dass es sich hier um einen wirklich primitiven Schlüsselstartaggregat gehandelt hat, das heißt, das hat man quasi angestartet und dann hat es schon quasi Strom gemacht und anhand der Amperemeter sieht man, dass da nicht wirklich viel Power zum Sinn war, aber im Prinzip der normale Ampere-Bereich war bei 60 Ampere aus und dementsprechend glaube ich, dass da irgendwo das maximal eine 30 kV-A-Maschine war, weil die konnte in etwa so im 50 bis 60 Ampere-Bereich mit Blindstrom liefern und jetzt schauen wir noch kurz weiter im Video und da kommt ja der Überkrux im Notstrom-Einspeisebereich, weil natürlich diese Stromaggregate haben eine EFI-Schutzschaltung eingebaut, das heißt, hier ist im Generator der Sternpunkt geerdet, das heißt, der Nullleiter hat eine Verbindung mit Masse und solche Maschinen jetzt für Einspeiseanwendungen zu verwenden in Gebäuden ist dann schon sehr, sehr tricky. Natürlich, es ist machbar, aber da muss man schon genau wissen, was man tut und ich weiß es von meiner Branche in den letzten zwei Jahren, welche Technik unterwegs war, das ist sehr, sehr überschaubar, weil einfach das Ganze sehr komplex ist mit diesen Einspeiseszenarien, da möchten wir auch auf unserem Kanal dann auch eigene Videos machen, aber da muss man sich Zeit nehmen, um das Ganze zu verstehen. Hier schaut das relativ cool aus, wie der, das dürfte sogar ein Goldkexträger sein, das ist, glaube ich, schon ein Offizier, da schaltet er halt diesen EFI-Hauptschalter ein, aber nur das kann man dann quasi nur für mobile Stromanwendungen verwenden und mit Einspeisen ist dann nicht mehr viel am Start. Und jetzt, was war, ich habe den aktuellen kleinen Zeitungsartikel leider nicht mehr gefunden, weil es war ja bei uns in den Regionalzeitungen unterwegs, das ist halt jetzt was auf die Schnelle, die ich gefunden habe unter express.ad. Das österreichische Bundesheer rechnet mit einem Blackout in den kommenden fünf Jahren, da geht es ein wenig rauf und runter und was haben die Experten, und es sind ja so viele Experten unterwegs, ich kann euch dann sagen, wenn ich aus Nähkästchen spreche, das ist dann alles sehr überschaubar, wie viele Experten wir da wirklich haben, weil nur wenn ein Mensch hochgebildet ist, heißt das nicht, dass er jetzt da in solchen Fällen wirklich eine Übersicht hat, was man da für technische Anwendungen umsetzen muss. Ich habe da mal zwischendurch bei einem Fußballstadion gearbeitet, die haben auch via Notstromversorgung als ein Teil der Grundbeleuchtungsanlage in den Stadion vollzogen, also was wir da beinahmt gehabt haben im Zuge der Experten, natürlich, ich habe da glinzen können, das war ja mein Metier über zwei Jahrzehnte fast, und hier geht es darum, dass da steht es auch wieder, rund 20 Millionen Euro wird dann investiert in den Kasernen, und 20 Millionen Euro, liebe Freunde, hört sich jetzt viel an, aber wenn ich jetzt sage, wir haben 20 Millionen, rechnen wir mal 5 Millionen für Planungskosten und dergleichen ab, es ist einmal so, ohne den Planern geht ja nichts, weil sonst hätten wir ja nicht solche Szenarien draußen, wie beim deutschen Flughafen Bern, dass er nach neun Jahren noch immer nicht funktioniert, quasi der halbe Flughafen zum Abreisen ist, aber dann bleiben uns einmal 15 Millionen effektive Investitionen übrig, diese Anlage, wie wir sie da seinerzeit gebaut haben, also so etwas mal zwei würde ich verwenden, um eine Kaserne ein wenig zu versorgen, das hieße, also irgendwo, wenn man mit Backup arbeiten würde, und das würde es schon Sinn machen, und das würde ich diesen Experten da draußen auch nahelegen, dann brauche ich einmal rund 0,6 Millionen Euro, nur für eine elektrische Infrastrukturversorgung, das ist ein Minimumpreis, damit ich da eine Kaserne ein wenig versorgen kann, also eher, sage ich mal, im Bereich 800.000, eine Million bin ich da gut aufgestellt, um so eine Kaserne mit rund 1.000 Soldaten und Soldatinnen gut zu versorgen, aber jetzt sprechen wir halt die Bausparer-Variante, wie sie in Österreich unterwegs ist, und wir haben in Österreich rund 52.000 Leute, also mit Milizleute und, 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 und das heißt ja, da sind ja auch Zivilbeamte dabei, und auch Zivilfirmen, die was das hierher ja rundherum unterstützen müssen, wenn ich jetzt sage, ich rechne das Ganze mal 52, weil ich sage ja, 1.000 Personen pro Kaserne und, 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 da sehen wir, da brauchen wir mal mindestens nur für die elektrische Energieversorgung 31,2 Millionen, und da hat auch keiner von Heizung und von Funkkommunikation und, und, und gesprochen, natürlich, man kann das immer nach oben und unten drehen und wenden, aber 20 Millionen ist wirklich ein wenig, wie ich da symbolisch gezeigt habe, ein Trostpflaster, damit die Bevölkerung da draußen glücklich ist, und da sieht man es dann auch wieder, da sieht man es dann wieder, wir in Österreich, da ist die Idealismus auch in puncto des Bundesheeres sehr groß, weil wir hatten ja auch seinerzeit wunderschöne Jagdflugzeuge, unseren Drachen, da zum Beispiel hat man das ja für den 1.000 Jahr Jubiläum des Namen Österreichs, hat man da einen Drachen sehr schön umgelegt, gefärbelt oder lackiert oder beklebt, wie auch immer, da war das Osterichi, das war im Prinzip eine sehr schöne Maschine, da sieht man es einfach, mit was für einem Enthusiasmus man hier in Österreich immer wieder vorangeht, wie bei diesem Drachen das der Fall war, weil wir hatten da nicht wirklich viel einsatzfähige Flugzeuge am Start, aber was schade ist, die wenigsten haben es gewusst, der Drachen war eigentlich kein schlechtes Flugzeug, und dass man sich da diese sogenannten Teuroverfeiter geleistet hat, wo es dann auch diese ganzen Betrugsgeschichten gegeben hat, und natürlich ist ja nie einer verurteilt geworden, und wie es auch in Österreich üblich war, ich weiß nicht, ob die Menschen das vernommen haben, aber wir hatten da sehr lange Flugzeuge, die aber de facto nicht einmal einsatzfähig waren, beziehungsweise die Software-Updates haben gefehlt, oder da ist quasi nur das Fahrzeug quasi ohne Lenkrad gekauft geworden, und sehr viel Korruptionsfälle, wie es ja in Österreich immer in der Politik üblich ist, dementsprechend muss man da schon ein wenig den Hut ziehen, von den Menschen, die was bei uns im Heer mitwirken, nur Kritik walten zu lassen, dass dieses Bundesheer kein Mensch braucht, und dergleichen, das finde ich ein wenig fahrlässig, ich bin kein Berufssoldat, ich habe meine acht Monate Grundwehrdienst im Jahr 99 abgelegt, ich persönlich kann aus der menschlichen Komponente es nur empfehlen, dass es einen Grundwehrdienst gibt, beziehungsweise halb die zivile Variante mit dem Zivildienst, also der Zivildienst ist ja auch eine sehr große Stütze, und bei diesen ganzen 20 Millionen hat ja keiner gesprochen, auch der Zivildienst hat ja ein Problem, die ganzen Rettungen, die sind ja auch alle ur-urschlecht versorgt, nur im Bereich der Stromversorgungen, und bei der Nahrungsmittelversorgung, da kommt jetzt dann gleich das nächste Video, damit das Video nicht extrem lang wird, und übrigens, sorry, wenn denn, warum, ich drei Gründe wollte ich ja letztens nennen, warum Bitcoin eine Million Dollar wert wird, da gibt es dann ein eigenes Video, weil das eine Video ist viel zu lange geworden, ich habe das nicht vergessen, aber das ist immer schwierig in der Kürze mit der Würze, aber ich würde sagen, Militärdienst ist nicht schlecht, natürlich man lernt super Schuhe putzen, viele Menschen belächeln das, es geht beim Bundesheer, glaube ich, nicht nur um Schuhe putzen, das Bundesheer, da lernt man auch den Bettenbau, man lernt auch ein wenig das Pfadfinderleben, wenn man das Glück hatte, so wie ich, ich war bei einer Jägerkompanie, und natürlich würde ich auch hier auf Gleichberechtigung setzen, weil wenn die Damen der Schöpfung auf Gleichberechtigung pochen, dann würde ich auch eine Wehrpflicht für Frauen einführen, dann könnten wir auch die Frauen alternativ, wenn sie sich nicht für den Wehrdienst melden möchten, für den Zivildienst einsetzen, weil da sage ich mal, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann sollte auch das dort vollzogen werden, und das Bundesheer, der eine wird jammern, der andere schimpft drüber, das braucht man alles nicht, aber ich würde mal sagen, wenn wir einen Katastrophenfall haben, sind wir ziemlich froh, dass wir da rund 10.000, 12.000 Rekruten haben, die was einfach dann handeln müssen, und wir haben da einen Support von, sage ich mal, rund 30.000 Leute, und das ist eine starke Antwort, und dementsprechend bitte ich die liebe Bevölkerung da draußen, unser Bundesheer, obwohl wir es kaputt gespart haben, ein wenig Wert zu schätzen, und den einen oder anderen, dem, was das Video gefallen hat, dass man das vielleicht auch teilt, dass 20 Millionen in diesem Sinne nur ein Trostpflaster sind, damit die Bevölkerung beruhigt ist, unser Bundesheer braucht für Autarkie, allein meines Fachwissens und Know-how, was ich über Jahrzehnte nur in der Stromversorgung sammeln konnte, viel, viel mehr Budget, und da muss man mal ordentlich nachstocken. In diesem Sinne, habt es viel Spaß, und macht es euch keine Sorgen, solange wir einfach solche Idealisten und Enthusiasten haben, wie es beim Bundesheer auch ist, und wir mit diesen Leuten auch fair umgehen, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht der Schnellste ist, aber trotzdem, es gibt da sehr viele engagierte Mitarbeiter, den einen oder anderen darf ich auch in Zukunft dann auch vorstellen, die haben auch da als Privat mit Firmen etwas zu tun, würde ich sagen, sagen wir mal recht herzlichen Dank für alles, was diese Menschen bis dato für uns vollbracht haben, das ist einfach völlig normal, dass die das machen müssen und tun, ich sage trotzdem herzlichen Dank einfach einmal für diesen tollen Traken, was wir da seinerzeit gehabt haben, mit dieser Osterichi-Lackierung, das war doch ein sehr schönes Flugzeug, schade, dass die Traken, dass diese quasi nicht weitergeführt wurden, beziehungsweise die Russen hatten uns ja seinerzeit eine MiG-29 versprochen, als Erlass für die Staatsschulden, das sind ja alles Sachen, was in der Vergangenheit untergegangen sind, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, natürlich die tollen Karikaturen, mit diesen ganzen Wehrigel, Panzigel, Flugigel, eine Bombensache, und vielleicht können wir auch da wieder die ganze Sache, ein Revival zukommen lassen, und in diesem Sinne, verschüsst sich der Mr. Meining, ich hoffe, dass ich euch genug auf der Reise mitgeben konnte, und sage ich mal, Tschüss, Baba.